Das Hauptziel meines Besuches war wirklich zu sehen, was hier passiert. Weil die Zusammenarbeit bei der Shapiro das ganz besonders ausgezeichnet ist. Das hört man immer wieder und heute bei einem Besuch konntest auch wirklich zu sehen, was hier zu ist. Es wurden ganz wichtige Projekte, etwa weit fern, warm und weit Wasser angeschlossen. Und wir sind sehr, sehr viel damit hier zu arbeiten. Mein Hauptziel ist, heute ist es, dass ich auf der Seite umgekehrt ist, dass es eine gute Zusammenarbeit mit Pirotum ist. Das ist immer wieder so, dass ich mir die Möglichkeit habe, dass ich die Projekte realisieren. Ich glaube, dass es wirklich gut funktioniert. Kann ich sagen, dass es für Pirot ein Beispiel für eine gute Frage ist? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur ein Best-Critus, sondern in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Bevor das jetzt ein Public-Credit-Partnership angestoßen werden soll, was im Energiebereich in einer Gewissrichtung verstanden habe, das erst überhaupt bewertet ist. Aber auch was jetzt eine raumsbasierte Abrechnung der Fernwärme angeht. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist hier auch angeschlossen worden, umgesetzt worden. Von daher, ja, auf jeden Fall. Wir haben das auch über die Stadtspirot versuche, das ist, in vielen Bereichen. Wir haben viele, unter dem weinen, um vor allem zu organisieren, um die Privatnete und auf das, um das Ausbildung zu organisieren, um die Stadtspirot zu erinnern zu können, und er ist, unter anderem, wenn die neue Tarifensysteme auf die Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit ist. Ich habe den heutigen Tag so erlebt, dass der Bürgermeister von der Stadt hier, aber auch die ganzen Mitarbeiter, ich glaube ich aus, dass die sehr viele Pläne und Visionen für die Stadt haben, aber diese auch in Etagen setzen. Das ist natürlich für unsere Zusammenarbeit genau der Part, den wir brauchen und darüber freuen wir uns und möchten uns auch wirklich bedanken. Ich möchte einfach sagen, dass wir heute mit dem Garten, mit dem Garten, mit dem Garten und dem Garten, mit dem Garten und dem Garten, dass wir hier wirklich ein Team haben, mit einem sehr viele Pläne und Vizie für den Garten, aber wir haben uns alles zu tun und zu tun, das bedeutet, dass wir hier mit dem Garten sind, mit dem Garten, das ist ein Teil des Garten, das ist ein Teil des Garten, und das ist so ein Teil des Garten. Vielen Dank.